Oh mein Gott, Sie sind ein Schwein. Was ist? Ich habe hier eine DVD für Sie, der Teufel tritt Prater. Ach komm, verpiss dich doch mit deiner dummen DVD. Ich habe das Paket schon mal geöffnet, die DVD entnommen und das leere Paket weggeworfen. Das interessiert mich jetzt nicht, verpiss dich doch endlich. Essen Sie das bitte nicht, das ist doch widerlich. Gut, lecker, Nostbrot, ohne Auflage. Haben Sie das jetzt gegeissen? Ach komm, Sie stellen sich ganz ungeschickt an. Dann komm, verpiss dich doch mit deiner dummen DVD. Das ist ein guter Film, ich habe ihn schon gesehen. Der Teufel tritt Prater. Boah, hey, der Typ nervt. Hau endlich ab. Mit Anne Hattaway. Na toll, jetzt kann ich auch noch die Rettung rufen. Er ist zu Boden gegangen, weil er gegen die dumme Tür gelaufen ist. Herzlichen Dank für 3300 Abonnenten. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, der DVD-Zusteller. Es war ein Remake. Ich habe dieses Remake etwas verbessert. Und herzlichen Dank an jeden einzelnen Zuseher da draußen. Ich bedanke mich. Wenn du mich über Paypal unterstützen möchtest, freue ich mich sehr darüber. Das war mein 3300 Abonnenten-Special. Dankeschön für deine Treue und dass du immer noch meine Videos guckst. Dankeschön. Dankeschön.